Gedächtnis 2.0 Vergessen ist nur eine Illusion. Wussten Sie schon, dass unser Gedächtnis in etwa so funktioniert, wie die Datenverwaltung Ihres PCs? Wenn Sie beispielsweise eine Datei löschen, dann ist sie nicht wirklich verschwunden. Fürs Erste bleiben die Daten auf der Festplatte erhalten. Sie haben nur keinen Zugriff mehr darauf. So ähnlich verhält es sich auch mit Ihrem Gedächtnis. So etwas wie Vergessen gibt es nämlich nicht. Vergessen ist nur eine Illusion. Alles, was Bestandteil Ihres Gedächtnisses ist, kann nicht einfach so verschwinden. Denn das alles ist eine Frage des richtigen Zugriffs. Haben Sie schon einmal nach Jahrzehnten ein altes Buch aus Ihren Kindertagen zufällig wiedergefunden? Sie hatten vielleicht gar nicht mehr im Gedächtnis, dass Sie dieses Buch jemals besessen haben. Und selbst wenn, es wäre Ihnen extrem schwer gefallen, nach dieser langen Zeit jede einzelne Seite genau zu beschreiben, oder? Nun aber liegt dieses Buch nach einer halben Ewigkeit wieder vor Ihnen. Und was passiert? Sobald Sie die ersten Seiten aufgeschlagen haben, kommen die Ihnen so vertraut vor, als hätten Sie erst gestern das letzte Mal betrachtet. Plötzlich können Sie sich sogar wieder ins Gedächtnis rufen, was auf den nächsten Seiten zu finden ist, obwohl Sie doch gar nicht umgeschlagen und seit gefühlten Äonen nicht mehr gesehen haben. Das Buch selbst hat Ihnen den Zugang zum verschütteten Gedächtnisinhalt freigemacht. Dasselbe Prinzip können Sie aber auch auf fast jede Minute Ihres Lebens anwenden. Ganz ohne Zufallsfunde. Egal, an welche Situation Sie sich noch einmal perfekt erinnern wollen. Ihr erster Schultag, der erste Disco-Besuch, Ihre Hochzeit. Sie brauchen sich nicht mit Erinnerungsschemen zufriedenzugeben, die von Jahr zu Jahr blasser und undeutlicher werden. Denn mit Timetrack verfügen Sie gewissermaßen über ein Gedächtnis 2.0. Wenn Sie die Methoden aus Timetrack anwenden, können Sie jede Situation Ihres Lebens noch einmal genauso intensiv erleben, als würden sie gerade erst passieren. Sie sehen Ihre Vergangenheit mit Ihren eigenen Augen und nicht durch den trüben Schleier herkömmlicher Erinnerungen. Sie hören sie mit ihren eigenen Ohren. Sie riechen sie mit ihrer eigenen Nase. Und Sie fühlen und schmecken sie mit ihren eigenen Sinnen. Sie werden mir recht geben. Ein solches Erlebnis übertrifft ein ganz normales Gedächtnis um Lichtjahre. Und das Schöne daran, es ist gar keine große Kunst, in den Genuss eines solchen phänomenalen Gedächtnisses 2.0 zu kommen. Jeder kann das. Auch Sie. Alles, was Sie brauchen, um wieder live zurück in Ihre Vergangenheit zu springen, vermittelt Ihnen das fantastische Ratgeberbuch Timetrack. Mit Timetrack sichern Sie sich ein Erlebnis, um das Sie alle in Ihrer Welt beneiden werden, die nur über ein ganz normales Gedächtnis verfügen. Und Sie sich deshalb mit immer verschwommenen Erinnerungen zufrieden geben müssen. Ein solches Gedächtnis 2.0 schwillt, weiß Gott, nicht nur in Nostalgie. Nutzen Sie Ihre Vergangenheit einfach dazu, Ihre Herausforderungen der Gegenwart souveräner, schneller und zielgerichteter zu lösen. Denn Ihre eigene Vergangenheit hält fast immer schon die Lösung für Ihre Probleme Ihrer Gegenwart bereit. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher